Also dein Schaft eigentlich immer so gut wie möglich senkrecht zur Wasseroberfläche steht. Das ist jetzt einfach mal die erste grundlegende Übung, das ist ein Paddel. Ein Paddelblatt wirklich immer komplett im Wasser drin ist, sonst verschenkt man nur Energie und dass der Paddel schafft, möglichst senkrecht zur Wasseroberfläche steht. Und dadurch muss ich mich mit dem Oberkörper so leicht reindrehen. Das reicht völlig. So kurze, schnelle Schläge. Natürlich auf beiden Seiten. Jawohl, aber versuch trotzdem wirklich das Paddel senkrecht zu halten. Deine rechte Hand verschwindet sogar auf deiner rechten Körperseite. Die soll immer auf der linken Seite bleiben jetzt. Wenn ich Stopp schreie, dann führst mal deine Bewegung ein. Dann lässt die Arme genau da stehen, wo sie stehen. Stopp! Jetzt guck mal, wo deine rechte Hand ist, wo ist deine linke Hand. Eigentlich müsste sie da drüben sein. Genau. Die rechte Hand auf deiner rechten Körperseite bleiben. Genau. Beide Hände bleiben jetzt die ganze Zeit. Zeit auf der rechten Seite von deinem Board oder eben jetzt in dem Fall auf der linken Seite. Deine Ein Du kannst sogar auf der anderen Seite schon anfangen. Du musst vor, drüber gehen. Du kannst auch den Boden hier weiter führen. Du kannst auch den Sackstuhl. Das Paddel bleibt auf der selben Seite. Und du machst nur diesen riesen Bogen ums Bord. Jawohl, genau. Jawohl. Und jetzt machst du nur mal als Kontrastprogramm ganz weit vorne ganz kleine, ganz kleine, ganz schnelle. Zack, zack, zack. Ja, genau. Aber das Paddelblatt schon ins Wasser. Richtig rein ins Wasser. Aber da ganz schnelle. Das Paddel schön aufstellen, das Paddelblatt. Jawohl. Das geht nämlich genauso. Kurze Schnelle. Jawohl. Übergreifen aus der Bewegung raus gleich. Jawohl. Sehr gut. Das Paddelblatt. Das Paddelblatt. Das Paddelblatt. Das Paddelblatt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ausfallschritt. Oder weit nach hinten laufen, dass der vordere Fuß auf jeden Fall hinter den Griff kommt. So genau. So bleibst du jetzt stehen. So ist gut. Und jetzt machst du diese großen Bogenschläge. Jawohl. Und nicht erschrecken, wenn das Boot hinten runter geht, das Board hinten runter geht. Die Boje anschauen, gucken, wo du hin willst. Und immer in die Richtung schauen, wo du hin willst. Mach noch ein bisschen den Schritt größer. Ja, genau. Und jetzt Bogenschlag. Schön in die Knie bleiben. Jawohl. Noch ein paar schnelle, kleine. Knie bleiben, Knie bleiben. Sehr gut. Ja, weiter, weiter. Paddel ins Wasser. Jawohl. Und langsam wieder aufrichten. Super. Super. Perfekt. Und wieder zu mir paddeln. Yes, yes, yes. Ja, geil. Super. Jetzt noch mit der anderen Seite. Andere Rotation, anderer Fuß vorne. Vielleicht hier noch erstmal nochmal im Trockenen. Ja. Genau. Linke Bein noch ein bisschen weiter zurück. Dann wird es leichter. Zum Drehen. Mach das linke Bein noch ein bisschen weiter zurück. Und mehr mittig. Mehr mittig. So, ja. Noch ein bisschen. Ja, ja. Geht doch. Großer Bogenschlag. Ja, klein bleiben, klein bleiben. Jawohl. Sehr gut. Gut reagiert. Wird doch, wird doch, wird doch. Yes. Jawohl. Langsam, locker bleiben, klein bleiben. Wenn es wackelt, paddelt flach aufs Wasser legen. Sehr gut. Sehr schön. Und ab geht's. Jawohl. Nun weiter geht die Kuhl-Fort. In die Übereinander rasseln. Jawohl. So, komm, bleiben. Du bleibst mit dem Wackelt. Das ist ja wahnsinnig. Ja, Romano, komm. Letzte 20 Meter. Mal sauber Hände übereinander. Ja, geht doch. Geht doch. Mal sauber Hände übereinander. Mm. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.